Brennend heißer Wüstensand, so fühlt sich derzeit die Hitze in unserem Land an. Die hochsommerlichen Temperaturen bringen subtropisches Klima zu uns, auch nach Kindberg. Das subtropische Klima hat uns voll im Griff. Für die einen Freude, für die anderen weniger. Aber sie haben immer noch die Möglichkeit, sich zu relaxen, nämlich im Freibad von Kindberg. Baden, ein schönes Vergnügen in diesem idyllischen Areal. Ja, unsere Öffnungsseiten sind von 8.30 Uhr bis 19.00 Uhr bei Schönwetter. Es bietet sich auch ein umfangreiches Programm, bzw. wir haben einen Pilz, dann Volleyballspielen kann man, Tischtennis spielen. Wir haben drei Becken und natürlich auch für Trinken und Speisen ist bestens gesorgt. Das ist ein wichtiger Punkt, die Kulinarik, die Gastronomie. Wer hier etwas auf sich hält, ein Bad besitzt oder der Leiter dieses Bades ist, der braucht die Gastronomie. Denn das ist gerade die Zeit zwischen den Schwimmaktionen, wo man sich besonders erholen kann. Genau, und dafür ist unsere Landmarinare zuständig, hier im Schwimmbad in Kindberg. Mega tolles Badewetter ist uns beschert. Die Badegäste in Kindberg haben das Glück, das Superwetter voll zu genießen. Denn auch hier ist für das leibliche Wohl auf jeden Fall gesorgt. Eine reichhaltige Speisekarte hat man hier im Bad von Kindberg anzubieten. Was sind denn die Besonderheiten? Zum Beispiel Wurstsemerl, Schinkenkäsetost, Pommes natürlich, was meistens die Kinder brauchen, Pizzas verschiedene, Brezel, natürlich Wurstsalat und Erfrischungsgetränke mit oder ohne Alkohol. Und so kann man sagen, im Kindberger Bad wird einem die richtige Urlaubsstimmung vermittelt. Badeerlebnis pur und bei uns drängt sich der Spruch auf, warum in die Ferne schwimmen, das Gute liegt so nah.